Würdest du reinkommen? Der Berghain-Trainer, den habe ich schon gemacht, Bruder. Ich bin damals reingekommen, aber es hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert. Der Shit ist ehrlich schwer, Bro. Aber ich zeige euch, Chad, ich würde easy first try reinkommen. Ich habe gerade einen 15 Euro Aldi-Fit an. Easy. Alright, watch this, Chad. Easy. Okay. Aber sieht man mich nicht. Willst du da nicht normalerweise mit einer verfickten Kamera sein, Bro? Ach, so ist die falsch noch ausgewählt, Leute. Können wir das hier machen? Bist du zum ersten Mal hier? Ja, halt mal kurz die Fresse, Digga, du Hohensohn. Wer spielt heute? Keine Ahnung, Digga, irgend so ein Opfer halt. Hast du was genommen? Klar. What the fuck, sonst würde ich nicht ins Berghain gehen. Sorry, schon voll heute. Ach, scheiße, du Hohensohn. Dann gehe ich ins Matrix. Okay, meine Cam geht nicht. Meine Cam geht nicht. Wie switche ich die Cam? Wie switche ich die Cam, die die Chrome aussucht? Weiß das jemand zufällig? Bei Einstellungen, maybe? Ins Matrix, Bro. Das Matrix ist so scheiße. Matrix ist legit der schlechteste Club, den ihr besuchen könnt in Berlin, Bro. For real. Ah, hier, ich habe es. Okay, jetzt müssen meine Cam nix oben sein. Welcome to Berghain Trainer. The trainer needs access to your camera and microphone for analyzing your body language. Turn up the volume and say okay to start your training. Okay. Okay, ich glaube, ich muss einmal den Chrome erstatten. Welcome to Berghain Trainer. Ja, ja, Fresse, jetzt mach. Okay. Turn up the volume and say okay to start your training. Okay. Mein Mikrofon wird irgendwie nicht mehr permitted hier. Ich weiß nicht genau, warum. Welcome to Berghain Trainer. Welcome to Berghain Trainer. Jetzt aber. Welcome to Berghain Trainer. The trainer needs access to your camera and microphone for analyzing your body language. Okay. Alright. Es hilft nur eine Sache jetzt, wenn man dieses Problem hat. Wir öffnen den einzig wahren Browser. Welcome to Berghain Trainer. Der hat wieder die falsche Kamera ausgewählt. Okay. 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 Okay, dann haben wir tatsächlich noch eine Option. Und zwar den feurigen. Aber den habe ich noch nicht installiert. Nee, scheiß drauf. Das ist nicht worth. Wir probieren es doch einmal hier. Eigentlich müsste es gehen. Welcome to Berghain Trainer. Turn up the volume. Alter Pfeiffer. Hat einen privaten Tab vielleicht. Vielleicht ist das der Play. Welcome to Berghain Trainer. Ja, zulassen. Okay. Was wäre dieses Scheißding von mir, Bro? Holy Shit. Ja, dann fick dich doch ins Knie, Bro. Holy Shit, wirklich. Dieser Sven, der soll sich mal geliegend einfach selber ficken gehen, Bro. Keine Ahnung, Bro. I don't know. Reload. Du schaffst es nicht mal ins Training. For real. Ich habe die Kamera geswitcht. Jetzt geht das Mikrofon nicht mehr. Das macht gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen fucking Sinn, Bro. Es macht keinen Sinn. Du musst okay sagen. Ah, danke, Digga. Mega geiler Tipp. Bro hat auch versucht, ins Berghain zu kommen. Bist du allein? Hey, Boy. Zillig? Ich bin mit meiner Freundin hier. Die kommt gleich. Bin ich alleine. Weißt du, wer heute spielt? Ja, ein, zwei sehr, sehr gute DJs, die ich auch kenne. Ben Snape, Bob Gray, David Guetta. Hast du was genommen? Na, ich habe ein, zwei Bier getrunken, aber das war es auch. Aber sonst, ähm, ja, bin ich drohenfrei. Ja, komm rein. Holy shit. Yes! Ja! Wie? Ich komm, klop, nicht rein! Sie haben nicht gefunden, meine Pakete. Ja, scheiße, jetzt muss ich es auch noch einmal tryen. Wie kriege ich das hin, dass das funktioniert? Deine Cam muss in OBS aus dafür. Ja, das geht nurfalls auch, aber eigentlich kannst du mit der Virtual Camus machen. Aber da steht, please change the permissions, aber eigentlich, ich mach mal das hier. Was ist, wenn wir die Cookies der Website löschen? Standard Cam und Micro. Kann man, kann man die Cam auch changen? Ich habe eigentlich die richtige Cam ausgewählt in Chrome. Äh, okay. 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 Das ist irgendwie buggy, Bro. Wir installieren den Feuerringen, folks-Chat. Wir installieren den Feuerringen. So, haben wir den Feuerringen installiert? Yo, 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 yo. Sorry, Berghain Trainer requires Google Chrome. Oh, mein Gott, Bro. Habe ich Opera? Bro, was geht hier ab? Die fucking Website geht nicht mal. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ah, ja. Okay, wir müssen ganz kurz den feurigen Fuchs installieren, den installieren, so chat, sonst werde ich es vergessen. Welcome to Berghain Trainer. The trainer needs access to your camera and microphone. Ja, ist fine. Okay. Turn up the volume and say okay to start your training. Okay. Okay. I don't know, chat. Ich, äh, ich habe das Gefühl, es geht nicht. Habe ich irgendwas umgestellt? Ich probiere es nochmal. So, dürfen mein Mikrofon verwenden? Berghain Trainer. Ja, ist zugelassen. Kamera ist... Ah, okay. Kamera war die falsch eingestellt. Okay, da war ich dumm. So, jetzt vielleicht. Welcome to Berghain Trainer. The trainer needs access to your camera and microphone for analyzing your body language. Turn up the volume and say okay to start your training. Oh, yeah, 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 yeah. Okay. Let's go. Mein Gesicht wird nicht erkannt, Bro. Das ist zu hässlich. What the fuck? Ah, 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 hallo, ah, ah, hallo, hier ist mein Gesicht, Bro. Ah, ja, ist okay. Sven, ist alles okay, Bro? Ey, der Bodyguard ist stuck. What the fuck? Ist das ein Stair-Duell? Holy shit. Ähm, yo, yo, bro, holy shit, du hast gewonnen. What the fuck? Oh, mein Gott, ist die Seite down? Welcome to Berghain Trainer. The trainer needs access to your camera and microphone. Bro, es ist schwerer, die verfickte Seite zu benutzen, als es echt viel Berghain zu kommen, glaube ich. Okay. Das Berghain sieht so scheiße aus von außen. Warst du schon mal hier? Äh, ja. Wer spielt heute? Ich ess keinen Arsch. Fuck. Hast du was getrunken? Äh, ja. Ja, ja, hab ich viel. Bin komplett besoffen. Passt heute nicht. Fuck! Hände aus dem Gesicht, ja, vielleicht. You got two out of three questions right. Oh, mein Gott, wir waren aber nah dran. Welcome to Berghain Trainer. Okay, 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 turn up the volume and say okay to start your training. Dann kann man doch irgendwie neu starten, ohne dass man die ganze Zeit okay sagen muss. Okay. Scheiße, was soll ich sagen bei dem ersten Chat? Hast du was getrunken? Ein bisschen. Ha, ein bisschen. Warst du schon mal hier? Was soll ich sagen bei was schon mal hier? Ja oder nein? Bist du zum ersten Mal hier? Äh, ja, und ich hab heute einen Aldi-Pyjama für 14,99 an. Wieso sollte ich dich reinlassen? Ja, weil ich ein geiler Typ bin und weil mein Pyjama von Aldi ist halt. Wo kommst du gerade her? Von Aldi. Fuck! Passt heute nicht. Was machst du? Wir versuchen ins Berghain. You got zero out of three questions right. What the fuck? Oder wirklich, kann man doch irgendwie, okay, kann man doch irgendwie neu starten, ohne dass... Ja, oh mein Gott, einschreiben wir noch. Ich darf nicht lachen. Hallo, hi, mein Süßer. Okay. Du bist doch Arschantworten, boah, als ob die das wirklich analysieren, was man da sagt. Ist einfach random. Warst du schon mal hier? Hi, mein Süßer. Ich bin zum ersten Mal hier. Weißt du, wer heute spielt? Ähm, ich glaube, Revinzeit liegt auf, oder? Mein Lieblings-DJ. Hast du was genommen? Ähm, nee, ich hab ein paar Bierchen, Intos, ansonsten nichts. Passt heute nicht. AAAAAAA! Bro, eine von drei Fragen richtig. Bro, wir hatten einmal drei Fragen, äh, zwei von drei richtig, Bro. Ich könnte auch nochmal ein Stück mehr rauszoomen. Vielleicht erkennt er da mein Gesicht besser. Welcome to Berghain Trainer. Okay. Vielleicht brauche ich mehr Ausschnitt, Chat. Tu so, als wärst du Miguel. Bist du allein? Äh, ja. Heute bin ich alleine mal da. Wieso sollte ich dich reinlassen? Äh, weil ich eine kleine Party-Maus bin, oder? Ähm. Was? Jetzt schon raus? Jetzt schon? Bist du drauf? Ach so, oh, äh, ich bin gut drauf. Moin, bin der Dude von Red Bull heute. Ach, Dinger, dann fick dich doch ins Knie, du. Und so, der Club ist eh scheiße. Komm. Ja, oh, komm! Darf ich rein? Ach, nee. Ich dachte, komm im Sinne von, komm rein. Aber es war hier, also, komm und verpiss dich jetzt. Okay. Warst du schon mal hier? Äh, ja. Ich war schon einmal hier. Letzte Woche. Weißt du, wer heute spielt? So, Valve actually messed up their gunplay. But you can fix it yourself. Bist du drauf? Klar. Du nicht? Die Scheißmusik kann man sich das ohne Drohung nicht geben, Bro. Heute nicht. Mann, Dinger, fick dich, wirklich. Holy shit, ja, ich hab wieder gelacht. Wir machen es noch einmal ohne Lachen. Welcome to the game. Äh, 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 äh. The trainer needs access to your camera and microphone. Okay, okay, okay. Turn up the volume and say okay to start your training. Okay, okay. Bist du allein? Klar. Wer spielt heute? Äh, DJ Cockrave. Bist du drauf? Äh, ich hab heute fünf Packen genommen. Sorry, schon voll heute. Oh mein Gott, was will er denn? Ich glaube, wir hatten zweimal rot und bei dem dritten, wo ich gesagt hab, ich hab fünf Packen genommen. Da war es nicht, das war die richtige Antwort anscheinend. Also ich muss sagen, ich bin mit Freunden. Du musst mehr Kiefern, Bro. Was soll das heißen? Mehr so Kauern, das hätte ich in dem A genommen. Okay, Hugo versucht es jetzt auch. Ja, obviös, obviös. Bei Hugo siehst du so aus. Ähm, ja, also, ähm, äh. Digga. Also was heißt allein? Äh. Warst du schon mal hier? Was denn los, Großer? Glaubst du, du bist hier richtig? Hast du etwa Eistee erwartet? Hast du was getrunken? Ah, ein bisschen, ja? Ein bisschen muss auch in den Magen. Sechs Bier sind auch ein Schnitzel, oder? Sag ich immer. Heute nicht. Ach, Digga, fick dich ins Knie, Mann. Null! Er würde den Türsteher fragen, ob er in Minecraft spielt. Ja, ist so, spielst du Minecraft? Kürzere Antworten, möglichst mit Ja und Nein. Okay, okay. Einen Try machen wir noch. Bist du allein? Ja. Wer spielt heute? Nein. Bist du drauf? Ja. WAAAAT? WAAAAT? Ich sag Buggy, aber ich bin drinne. WAAAAT? Bro, das ist ein Haufen Scheiße, Bruder. Bro, als ich gesagt habe, heute spielt DJ Cockrave, bin ich rausgeflogen. Aber als ich gesagt habe, nein, spielt heute, bin ich reingegangen. Was? Bruder, der Bro hat sogar die gleiche Camp-Position wie ich. Warum leckt das? Warum leckt das überhaupt so, Digga? Junge, er beleidigt Türsteher. Hä? Darf er das nicht? Hat Hugo ein Crosshair? Hugo hat ein Crosshair als Mauszeiger, Bruder. Warte, ich mache mit Kappe, dann sehe ich krasser aus, glaube ich. Ja, true. Okay. Also ich würde auch niemals ins Berghain kommen, also im echten. Aber sind wir ehrlich, Hugo würden die auf gar keinen Umständen reinlassen, Bruder. Er sieht aus wie 13. Warst du schon mal hier? Ja, war ich. Boah, bad boy. Glaubst du, du bist hier richtig? Ja, bin ich. Ich glaube, er kommt free dieses Mal ein. Bist du drauf? Nein, bin ich nicht. Ich nehme keine Drogen. Heute nicht. Was? Verrückst du dich, Digga? Was heißt das? Sag ja? Hey, ich muss mal Drogen nehmen oder was? Ja, na klar, ey. Ich schick's nicht. Hä, ich dachte, Drogen immer schlecht. N00, Baby, ja, keine Drogen. Nein, nein, Drogen immer gut. Warst du schon mal hier? Ja, war ich. Wer spielt heute? Bayern gegen Fortnite in Leverkusen. Wo kommst du gerade her? Äh, von der Bar da drüben. Wann wieder 100? Digga, Hugo hat einfach seine Anzeige für die Subsidierter seiner Facecam. Was? Hast du dir gesehen? Da kam gerade ein Sub-Rotant. Hey, aber das war ja voll jetzt. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Du, der Teil. Stark, stark ist over, ey. Ruf Hugo an. Danke, dass du Kevin-Free-Content lief hast, Digga. Reaktet der Hurensohn. Ja, okay, ich hab von ihm auch geklaut. Ja, okay, ist okay. Fair ist fair, Bro. Fair ist fair. Hallo? Hi, Bro, Bro. Sag einfach immer nur Ja und Nein. Sag Ja, Nein, Ja. Dann bist du good to go. Trust. Ja, Nein, Ja. Ja, Nein, Ja. Okay. Easy. Viel Erfolg. Danke. Pass auf, Jed. Easy, easy. Watch this, watch this. Bear kein Coaching. Watch this. Er wird jetzt bei jeder Frage Ja, Nein, Ja sagen. Oh my God, imagine. Ja, das habe ich noch. Ja, ja. Oh, Bruder, wie laut. Niemals, niemals. Glaubst du, du bist hier richtig? Kussi, kussi. Nein. Hast du was getrunken? Ja. Heute nicht. Ja, Bruder. Digga. Bruder, er hat es aber auch. Wie, Nein. Er hat es ja auch. Ich dachte doch, Ja, Nein, Ja. Bro, Ja, aber du sollst. Schrei doch nicht. Digga, aber er schreit ihn an, Junge. Bro, schrei ihn doch nicht an, du Dummbatz. Schrei ihn doch nicht an, du Dummbatz. Okay, ich bin jetzt nett zu dem. Du guckst so traurig. Alter, Digga, stelle, wo du fürs Türsteher und er kommt und will dir erzählen, er ist nicht auf Drogen, Bro. Alter, what the fuck, Alter. Was ist, warum guckt der so komisch? Bist du allein? Ja. Was ist das? Scheiße. Ja, Mann, der hört mich nicht, Digga. Was soll ich denn sonst machen? Mann, warte doch. Der hört mich nicht. Warte doch. Man soll dich nicht reinlassen. Digga. Was soll ich denn machen? Ich schütz dich. Warten, einfach nur warten. Digga, man hat keine Geduld. No joke. Mann, Junge, wenn ich noch einmal dieses göttverhote Bier da abstellen sehe, Digga, dann... Junge, er läuft so langsam. Bruder, ich sag ehrlich, die Stange ist legit ein Null. Da ist niemand. Es wäre relativ smart, wenn sie jemanden reinlassen, Bro, weil da ist niemand. Da wäre wenigstens schon mal einer drinne. Bist du zum ersten Mal hier? Ja. Wer spielt heute? Nein. Wo kommst du gerade her? Ja. Nein, nicht lachen. Er hat verkackt. Sorry, schon voll heute. Ach, Digga. Er ist so arsch. Er ist so arsch. Was für? Ja? Nein, ja. Okay, ich schaff's nochmal. Ich schaff's nochmal. Ich schaff's nochmal. Ich schaff's back-to-back, Chatwatches. Bist du allein? Ja. Weißt du, wer heute spielt? Nein. Wo kommst du gerade her? Ja. Sorry. Fuck! Vorher hat's funktioniert. Vorher hat's funktioniert. Bro, ich sage euch ehrlich, Chat, es ist einfach random. Es ist einfach random, Bro. Es wird einfach jedes Mal einfach ein Rad gedreht, Bruder. Ob ja oder nein. Digga, als ob da sich jemand hingesetzt hat und das actually programmiert hat. Niemals. Sorry, schon voll heute. Was soll ich denn da sagen? Noch nie ist jemand dreimal hintereinander reingekommen. Das ist ultra dumm. For real? Wie rubbellos. For real. Mach du mal, mach du mal. Ich hab grad einmal gemacht, aber ich mach nochmal, warte. Ja, die Fresse. Mann, Junge, lass fuck's ab. Okay. Warst du schon mal hier? Ja. Einmal. Wieso sollte ich dich reinlassen? Nein. Wo kommst du grad her? Ich war bei Let's Hugo TV zu Hause. So hab ich schon voll. Ach, scheiße. Das Let's Hugo Ding war safe. Zwei von drei richtig, sag ich. Bro, das ist immer schwer, Hugo. Mach du nochmal einen. Mach du nochmal einen. Ich will voll gerne wissen, wie schwer es wirklich ist in echt. Ja. Ist das scheiße, Digga. Ey, Digga, ich schwöre, Bruder. Das ist doch scheiße. Wieso sollte ich dich reinlassen? Das Rote heißt nicht, dass man verkackt hat, oder? Weil ich hier hingehöre. Wo kommst du grad her? Von zu Hause. Heute nicht. Bruder, ich schwöre, Digga, versuch du bitte nochmal. Ey, Hugo, vielleicht ist das ehrlich dein Aussehen einfach. Guck dich mal an. Du bist da auch nicht rein. Ey, halt mir die Fresse. Doch, ich war schon einmal drin, Bro. For real. Sag einfach jetzt jedes Mal Hurensohn bei allen Sachen. Bist du allein? Kaufland. Kaufland. Die springen ja alles hoch. Weißt du, wer heute spielt? DJ Hurensohn. Wo kommst du grad her? Juckt. Heute nicht. Ja, Bruder, dann lutsch doch, Alter. Wirklich so ein Bastard. Ich schwöre, ich hasse den Hugo. Der fuckt so ab, dieser Nutten, Alter. Okay, mach zu noch einen Try. Lass doch einen Try machen. Mach noch einen Try. Mach noch einen Try. Mach noch einen Try. Mach noch einen Try. Sag dreimal Sven, Bro. Ich hab Angst, dass er dann hinter mir steht. Dreimal im Kreis drehen und dann Sven sagen, Bro. Dann steht hinter dir. Was denn sonst? Ich dachte, Fußball. So, hey, Fußball und so. Bro, was? Er dachte bei Wer spielt heute? Wer spielt heute Fußball? Was? 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 Bayern Leverkusen. Was? Digga, stell dir vor, du bist Türsteher und du fragst, wer spielt heute und du sagst einfach Bayern Leverkusen gegen Bayern München oder so. Bist du allein? Ja, bin ich. Jetzt geht's aber los hier. Wieso sollte ich dich reinlassen? Was? War ich dir fett den Schwanz? Jetzt geht's aber los hier. Wo kommst du gerade her? Von meiner Pause. Was für eine Pause, Digga? Komm. Machen nicht. Wait, bin ich drin? Achso, ne. Der sieht aber fresh aus. Hugo, so sieht der echte Türsteher aus. Angeblich. Ja, dem schlag ich in die Fresse. Ja, schuhe, Bro. Schuhe, Bro. Natürlich, Digga. Klar. Warst du schon mal hier? Ja. Wieso sollte ich dich reinlassen? Weil ich drauf bin. Siehst du nicht mehr am Kauen? Hast du was getrunken? Ja. Ne Karpensonne. Ja, so ein Hurensohn wirklich. Ja, ja. Heute nicht. Voll, Digga. Das ist impossible. Ich sag ehrlich. Okay, mach noch einen Schrei, Hugo. Bist du zum ersten Mal hier? Nein, bin ich nicht. Mit ich dir schreiben kann. Bitte. Ist wichtig. Fortnite DJ. Bist du drauf? Ja, bin ich. Oh! Passt heute nicht. Oh, nein. Hat er etwas Neues gesagt? Passt heute nicht. Aber er hätte Interesse. Er hätte Interesse. Nein, Bro. Passt heute nicht. Heißt, er hat kein Interesse. What the fuck? Oh, fuck.